Liebe Amatrarinnen und Amatare, wie ihr wisst, und natürlich auch sagen alle Damen und Herren, wie ihr wisst, war ich schon immer ein Fan von Rogers. Rogers, die wissen wir allerdings nur in der Psychotherapie und nicht gleich in der Psychotherapie, aber jetzt nimmt ich Rogers auch als Musik. Niemand ist Rogers und spielt Musik aus den 16ern, 17ern und leider auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe eine kleine Mühlen- und Posten-Showing, ich habe aber auch eine Bahnkarte nach und ab, aber egal, Mühlen- und Posten-Showing, um hierher zu kommen, also hierher, weil hier ist das Altstadtfest im Spreuer. Spreuer, genau. Und wie ihr seht, trage ich das T-Shirt und lasse das T-Shirt von Fehlern-Suss, freie Bücher für SL. Ich habe mich extra in der Opfer und habe hier vor der Liedermühle ein wenig, ja, ein bisschen Weg, ein Tanz oder so, damit viele Leute das T-Shirt sehen und vielleicht sich dafür interessieren. So, ich glaube, jetzt reicht es aber auch langsam, aber es sind ziemlich viele Leute, die man sehen kann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann, see you! Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die 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 Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020